Es ist ein schwerer Fehler, zu viel nachzudenken. Patrick Schumner. Ich bin der Arzt. Willkommen an Bord, Mr. Schumner. Ein Intellektueller an Bord fragt mich, wie er wohl mit uns rauen Seefahrern klarkommt. Wieso sind Sie Arzt geworden? Weil ich im Leben vorankommen wollte. Weg von meiner bescheidenen Herkunft. Doch jetzt sitzen Sie hier auf einem Wallfänger. Was ist aus den Ambitionen geworden? Kein Mensch hat zu dieser Jahreszeit so weit nördlich jemals einen Wall gefangen. Sie haben eine Nähe zur Dunkelheit, zum Primitiven. Es wird allmählich kälter, Tag für Tag, ohne jede Hoffnung. Wieso beschäftigt Sie das so sehr? Ein guter Arzt sollte eine gewisse Moral hochhalten. Wir werden das Tiere, wenn Sie aufgeben. Ein Toter ist noch das kleinste unserer Probleme. Bei weitem. Der einzige Teufel ist der in uns selbst. Vielleicht lässt sich das Leben ja nicht überrumpeln oder gefügig quatschen, sondern muss durchlebt und überlebt werden, so wie der Mensch gerade dazu in der Lage ist. Werしくfassbarstelle Ich bist der in uns selbst. Bis dann kein Astань. Ny leakautas Ride Geheit Liebautas Hand Wil